Sachgerechte Gamefakten Über Fakten Fakt 7 Pokémon ist tragisch Ich wähle dich Galagladi Wow, okay, so das ist das erste Mal, dass ich spiele, also schauen wir mal Pikachu, das hab ich schon mal irgendwo gehört Ich wähle dich Pikachu Pikachu Oh, er ist so süß Okay, ähm Pikachu, benutze Deiner Blitz Pikachu Das war so genial Galagladi, ich benutze Laubklinge Oh, yeah Enemy Pika 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 Abwehr! 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 Das spiel ich nie wieder. Oh yeah, wir haben gewonnen! Dieses Spiel ist nichts anderes als Tarnkämpfe für Kinder und du solltest dich dafür schämen, es zu spielen. Ich glaub sie mir alle! Oh yeah, verrückte Hintergründe! Ja, okay, mach das. Ich werd jetzt Grand Theft Auto spielen gehen. Du weißt schon, was mit richtigen Werten. Wir sehen uns, Michael Fick. Oh yeah! Das Power-Level ist... Hahaha!